Und weil es so lustig ist, jetzt kurz noch ein Schwenk auf Jonas Geschke, der gerade auf diesem Holzweg rumstromert und guckt, ob da irgendwelche versteckte Geocaches sind. Das sieht sehr lustig aus, wie er ausfällt. Das war jetzt nicht so beeindruckend, weil ich in dem Modus netten zoomen kann, aber er lag gerade auf dem Boden und hat unter diese beiden geguckt und ich fand das irgendwie nett.